Ein Australier betritt mit seinem Hauskrokodil unter dem Arm eine Bar. Er setzt das Krokodil auf die Theke, dreht sich zu den erstaunten Gästen immer und sagt Ich mache euch allen ein Angebot. Ich werde das Maul dieses Krokodils öffnen und mein bestes Stück hineinlegen. Dann wird das Krokodil sein Maul für eine Minute schließen, danach öffnet es sein Maul wieder und ich ziehe mein Teil unbeschadet heraus. Im Gegenzug kauft jeder von euch mir ein Getränk. Die Menge murmelt zustimmend, daraufhin stellt sich der Mann auf die Theke, ließ seine Hose herunter und legte seinen Pimmel in das offene Maul des Krokodils. Das Krokodil schloss sein Maul und die Menge hielt den Atem an. Nach einer Minute nahm der Mann eine Bierflasche und schlug dem Krokodil kräftig auf den Kopf. Das Krokodil öffnete sein Maul und der Mann zog, wie versprochen, sein bestes Stück unbeschadet heraus. Die Menge jubelte und die ersten kostenlosen Getränke wurden serviert. Nachdem er mehrere Gläser getrunken hatte, stand der Mann erneut auf und machte ein weiteres Angebot. Ich gebe 100 Dollar an jeden, der bereit ist, diesen kleinen Stunt auszuprobieren. Ein stilles Raunen ging durch die Menge. Nach einer Weile zeigte sich eine Hand hinten in der Bar. Eine blonde Frau sprach schüchtern. Ich probiere es, aber du musst mir versprechen, dass du mich nicht so fest mit der Flasche schlägst. Gekilöse 6 6 6 Vielen Dank.